Servus Leute, hier ist Olli von NamelessGuysLP. Nöööö, und ich. Ja, Maxl auch. Ja, wir haben heute ein kleines Infovideo für euch. Das erste, das allerwichtigste für uns, für euch wahrscheinlich am allerunwichtigsten. Ihr seht es jetzt hier schon auf dem Bildschirm. Wir haben ein neues Logo gekriegt. Und nicht nur das, wir haben ein neues Logo, einen neuen Kanalhintergrund und ein neues Profilbild. Was ihr wahrscheinlich noch nicht bemerkt habt. Nein, natürlich nicht. Nicht jeder schaut auf dem Kanal. So, und hiermit. Kann jeder dieses Video anschauen. Ja, und hier bedanke ich mich dann offiziell mal bei Bene, der das Logo gemacht hat. Und ja, das wäre eigentlich schon was zum ersten Thema. Hast du noch was dazu zu sagen? Äh, nein. Gut. Dann kommen wir zum zweiten Thema. Zu dem, was für euch höchstwahrscheinlich am allerwichtigsten sein wird. Ja, wir sind weg. Ja, wir sind weg. Ganz einfach. Montag bis Freitag keine Videos. Weil wir im Skilager sind. Und wir werden vielleicht im Skilager mal mit meinem iPod ein bisschen was, ein kleines kurzes Statement aufnehmen. Und das danach dann hochladen. Wird vielleicht ganz witzig. Aber ist nicht hundertprozentig sicher. Oh shit, ich bin im falschen Gebiet. Ja, Max zockt im Moment noch Terraria dabei. Äh, Terraria, nö. Echt? Nö. Du warst im TeamSpeak Terraria-Server. Ja, weil ich halt mit den anderen... Ja, ja, ist gut. Ja, ist okay. Äh, ist egal. Auf jeden Fall zockt er. Nicht anders zu erwarten. Ja, warum Andi nicht da ist? Andi hat sein Limit verbraucht, indem er dummerweise die ganze Zeit auf Skype beschäftigt stand. Anstatt sich abzumelden. Aber, was soll man machen? Sie vielleicht nicht so blöd sein und seinen PC anmachen, wenn man nicht zocken kann. Ja. Naja. Ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall deswegen ist auf dem Logo, das ihr jetzt hier gerade vor euch seht, ist auch nur Maxl und ich drauf. Sind auch nur Maxl und ich drauf. Weil, ja, ich hab dir ja gerade eben erklärt. Ähm, wir haben verschiedene Logos für die verschiedenen Infovideos. Wenn jetzt nur ich eins mach, bin nur ich drauf und so weiter. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für das neue Logo. Und ja, noch eine Sache. Äh, nach dem, nach dem Skilager bedeutet ab, ja, keine Ahnung, höchstwahrscheinlich vielleicht schon Sonntag, oder, Maxl? Kommt dann Left 4 Dead 2. Raw. Könnte, müssen wir mal schauen, wie wir es mit dem Aufnehmen hinkriegen. Wir müssen dann am Wochenende auf jeden Fall auch nochmal MC aufnehmen. Ja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall danach dann Left 4 Dead 2. Und Portal Coop muss ich auch noch fertig spielen. Nico meldet sich irgendwie nicht mehr. Vielleicht werde ich es mit Maxi fertig spielen. Muss ich mal gucken. Ja, das waren eigentlich die drei Punkte, die ich ansprechen wollte. Plan nach dem Skilager. Skilager und, ähm, was war das erste? Ah ja, genau, Logo. Genau, danke Bene. Ja, gibt's von deiner Seite noch was, Maxl? Äh, nein. Gut, von mir auch nicht. Dann sag ich tschüss, ich wünsch euch eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Ach ja, und heute kommt noch ein Part Call of Duty Black Ops, ne? Ähm, bis, ja, bis in einer Woche. Ciao. Ja, ciao.